... السلام عليكم أهلين وسهلين بالجميع ومرحبا بعد غياب هني رجعت لكم ولكن رجعت بيومين قبل العيد رانا في التحضيرات نتعلم لعيد الأضحى إن شاء الله و جاب لي زوج المشماش المشماش الوقت نتعلم وما يليخ غياب فيتور المشماش ما يمكنش ما يمكنش الدر ما يكونش فيها المشماش ناخدوا كيلو المشماش بكيلو غير مئتين قرام يعني 800 قرام ديال السكر تنغسل المشماش مزيان ونحي دلو ذاك العليفة دياله ونحطوه ونحطو عليه 800 قرام ديال السكر كيلو مشماش ب800 قرام ديال السكر نحطو عليه ذاك السكر نحركوه شي شوية سمحوا لي تقطع الفيديو وعطي لكم بإنني غسطني وتضيفه طيب أسهل منه ما كينش تتهرسي لعليفتها ديالك تتهرسي 1-4 أو 5 ديال العليفت دياله ذاك اللوز اللي الداخل همه تتحطي 4 حبيبات أو 5 ولا اللي قدرتي وخام مررين متخافيش منهم تتلقوش المروريات يعطي واحد النكهة خاصة وتضيفه فوق النار وتخلي يطيب Das ist die ganze Kschkash. Drei die Kschkash. Und dann den Kschkash. Du kannst du eine gute Kschkash geben. Und du kannst du ein wenig mit der Kschkash. Und du kannst du nicht auf dem Kschkash. Das ist alles. Für das ist alles. Du kannst du die Kschkash. Das ist die Kschkash. Das ist eine Art Kaffee für die Gato. Ihr könnt euch die Gato anschauen. Sie können die Gato nach dem Video zeigen. Sie können die Gato nachdenken. Das ist wichtig für eine andere Beantwortung. Das ist die Bewerb. Das ist das Kato. Das ist auch wichtig. Sie können sich die Bewerb mit dem Succar und dem Kaukow und dem Zeyt. Die Farbe und der Farina und die Farine. Sieg von Fanny. Sieg Fanny Das ist wichtig. Die Bewerb mit dem Zwiebel Das ist die W pasta. Ich hab dieieler Teigungen im Kaffee. Weißt du dir, ein Kaffee von Jax alternativ. 1,5 Kaffee ackepe, 2,5 Kaffee � 10 Kaffee ein bisschen din Gemma auf den Teigungen und schrauben ihn. Jetzt du jetzt ein bisschen Dwarf Ich wünsche mir einen neuen Dauert wie ich möchte das ist nicht einfach weil ich meine die Reifen Ich habe die Reifen die Reifen die Reifen die Reifen die Reifen ich habe das Reifen und das Reifen das Reifen Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Wirt zu erhalten und ein Wirt zu geben. Hier werden wir mit den Kaffee in den Kaffee über den Kaffee genetieren und die Kaffee ab und die Kaffee gelockt. Die Kaffee werden dann in der Kaffee gezwungen als Kaffee gelockt. Wir sind in der Kaffee gelockt. Wir sind auf dem Kaffee gelockt. Dies ist das Kaffee gelockt. Sie sind sehr schön und sehr glücklich und sehr glücklich. Nachdem wir die Schokolade haben, können wir einen Schokolade machen und einen Schokolade machen können. Das war eine gute Idee. Ich hoffe, dass wir die Schokolade machen können. Aber wir werden die Schokolade machen. Wir werden die Schokolade machen. den Video, inshallah. Nachdem Sie es.